Was ist die Diagnose der Birkenpollenallergie und ihre Therapie? Die Diagnostik besteht darin, zunächst einmal eine ausführliche Anamnese durchzuführen, den Patienten wirklich genau nach seinen Beschwerden zu befragen, die Familienanamnese zu erheben. Dann kommt der klassische und heute am weitesten verbreitete Test, der sogenannte Prick-Test, bei dem kleine Tropfen eines Allergens auf die Haut aufgetragen werden und mit einer Stichlanzette eingebracht werden in das Subkutangewebe. Ergänzend wird eine Blutentnahme durchgeführt, bei der wir das sogenannte IgE im Serum bestimmen. Es dient eigentlich dazu, dass wir das, was wir im Prick-Test erhoben haben, durch die Blutuntersuchung noch einmal manifestieren. Die Therapie der Birkenpollenallergie besteht in drei Schritten, zunächst einmal je nachdem, wie die Beschwerden des Patienten sind. Wenn es sich wirklich nur um ein lokales Beschwerdebild handelt, empfehlen wir antialergische Augen- und Nasentropfen oder Nasenspray. Wenn der Patient aber mit dieser Therapie unzufrieden ist und auch unsere antialergische Behandlung nicht ausreichend gut ist, empfehlen wir die systemische Behandlung mit einem modernen Antiallergiker der dritten Generation, die heute keine Müdigkeit mehr verursacht. Und wenn wir sehen, dass auch diese Behandlung nicht optimal ist, würden wir den Patienten in den Herbstmonaten den Beginn einer spezifischen Immuntherapie empfehlen. Wir versuchen dann, das Immunsystem mit der Behandlung immuntolerant gegen die eigentlich sehr harmlose Birkenpolle zu machen.